Ja, sie gehören mit zum Favoritenkreis auf die Medaillen, das ist zum Erweitern, würde ich sagen. Ich meine, wenn man Kitzbühel mal gewonnen hat, dann kann man das auch nicht mehr bestreiten. Und ich traue dem Thomas auch zu, dass er mit der ganzen Situation wirklich cool umgeht. Das muss man erst mal wegstecken, den ganzen Hype, der da seit letzter Woche losgebrochen ist. Und ja, der Andi Sander, wenn dem Bock heute nicht schießt, wer weiß, was passiert wäre. Also die sind wirklich gut in Form und trotzdem würde ich jetzt, also ich im Fernsehen, denen jetzt nicht den ganz großen Druck aufbürden und sagen, die müssen da jetzt eine Medaille gewinnen. Es kann passieren, das wissen sie selber, wenn alles zusammenpasst. Das muss natürlich an so einem Tag X dann einfach auch so sein. Das war eigentlich bei der Vicky, auch als ich noch aktiv war, immer schon so, dass wenn sie sich sehr auf ein Riesensalarm konzentriert hat, dass es dann da auch funktioniert hat. Und dass es sich halt etwas schwerer tut, wenn sie halt die Speed-Disziplinen auch noch mit dabei hat. Weil das natürlich einfach kräfteraubend ist und weil sie weniger Zeit zum Trainieren hat. Bei drei Siegen in fünf Rennen kann man, glaube ich, nichts anderes sagen, als dass sie Top-Favoritin ist. Verdient hätte es jeder, das ist ja immer das Schwierige bei dieser Auswahl des Fahnenträgers oder der Fahnenträgerin, verdient hätte es jeder, der da zur Debatte steht. Aber wie gesagt, ich bin da meinen Alpinen treu und würde für die Vicky stimmen. Du reden dann.